Der Granatapfel, die Frucht der Götter. Sie schützt uns vor Schlaganfällen und Herzinfarkten, wirkt antibiotisch und macht sogar Krebszellen schwer. Ihn zu öffnen, um an die Kerne ranzukommen, das kann allerdings eine ganz schöne Sauerei werden. Am besten, finde ich, klappt es unter Wasser. Wie der Granatapfel sogar Gefäßveränderungen an der Halsschlagader rückgängig machen kann, das lesen Sie in meinem neuen Buch.